Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Doch bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch drei Leute von euch grüßen. Und zwar It's Dreamy, Cooles Einhorn und Sunny Schleich. Du willst auch die Chance haben, im nächsten Video gegrüßt zu werden? Dann schreibe doch einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Team Elli und mit etwas Glück bist du das nächste Mal auch dabei. Hey Leute, mein Name ist Laura und ich möchte euch heute mit an den Stall nehmen. Also ein FMA drehen, denn heute passiert auch etwas ganz Spannendes. Und zwar habe ich meine allererste Einzelreitstunde. Und zwar auf meinem Lieblingspferd Lydia. Lydia ist eine elfjährige Appalooza-Stute. Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, konnte ich irgendwie gar nicht glauben, dass sie ein Appalooza ist. Naja, wie dem auch sei. Wir fahren jetzt dann los. Also, kommt doch einfach mal mit. So, und da wären wir auch schon... Übrigens filmt mich meine Mutter gerade. Also, vielen Dank, Mama. Ich muss jetzt erstmal nach Estelle suchen, denn sie ist die Reitlehrerin heute. Wo steckt die denn nur? Hey Laura, hier drüben! Hä? Sorry, ich musste noch kurz etwas im Laden nachschauen. Aber jetzt bin ich ja hier. Oh, habt ihr denn etwa neue Ware bekommen? Jep, genau. Du kannst ja später mal vorbeisehen. Der Laden ist noch drei Stunden lang offen. Das müsste also reichen. Ja, auf jeden Fall. Das tut es. Äh, du bist heute hier wegen der Einzelreitstunde. Habe ich recht? Genau. Auf welchem Pferd war das denn noch gleich? Äh... Als ob du das vergessen hast. Lydia, mein Lieblingspferd. Oh ja, richtig, richtig. Äh, dann kannst du sie gleich mal holen. Putzen und aufsatteln. Und wenn du fertig bist, gehst du einfach auf den Reitplatz. Ich warte da schon auf dich. Wenn irgendetwas sein sollte, du weißt ja, wo du mich findest. Äh, tatsächlich weiß ich nicht, wo ich dich dann finde. Äh, wo hältst du dich denn auf? Na, wie immer. Ich bin entweder vorne bei den Ponys oder im Café. Stimmt, ja. Okay, dann weiß ich, wo du bist. Gut also, bis gleich. Ja, Leute, also ich schnapp mir jetzt erstmal Lydia's Halfter. Das ist das Braune hier. Und dann gehe ich hier mal rüber, denn hier ist sie auch drin, in diesem Offenstall. Da steht sie einmal gemeinsam mit Arabella und Maya. Maya ist übrigens richtig cool. Ich wünschte, ich könnte sie bald mal wieder reiten. Aber aktuell lahmt sie leider. Och nö, Lydia steht ja ganz da hinten. Jetzt muss ich durch den ganzen Offenstall laufen. Äh. Hallo, meine Hübsche. Dann komm mal mit. Ja, Maya, dich würde ich auch gerne mitnehmen. Aber das geht natürlich nicht. Und ganz wichtig, das Tor wieder schließen. Gestern hatte das nämlich jemand vergessen. Und dann konnten sie eine ganze halbe Stunde nach Arabella suchen. Gott sei Dank ist sie nicht weit weg gelaufen. Wie ihr sehen könnt, habe ich Lydia jetzt am Putzplatz angebunden. Und auch schon einen Putzkoffer geholt. Jetzt muss nur noch die Decke runter. Und dann kann ich auch schon mit dem Putzen loslegen. Mit dem Putzen bin ich nun fertig und die Hufe habe ich auch gerade ausgekratzt. Und Lydia ist schon ganz unruhig, die weiß, was jetzt kommt. Ich glaube, die ist schon richtig motiviert auf die Reitstunde. Äh, ja, dann gehe ich jetzt mal in die Sattelkammer und hole ihren Sattel. Schaut mal, da oben ist er auch schon. Der mit der blauen Schabracke. Ich liebe ihren Sattel einfach. Der ist super bequem. So, fertig. Und jetzt natürlich noch auftrenzen und dann kann es auch schon losgehen. Hey Estelle, wir sind fertig. Oh, schon? Na, das ging aber flott. Schau mal hier, wir haben heute einiges vor. Ich habe mal ein paar Sachen aufgebaut. Oh, wie cool. Also dann, schwing dich auf Lydia und wir legen los. Na, das musst du mir nicht zweimal sagen. Ja, also, ich kommentiere jetzt ein paar Ausschnitte der Reitstunde. Ihr seht gleich, da reite ich die Ecke nicht so ganz sauber aus. Das hat auch Estelle angemerkt. Aber nun gut, da bin ich Schritttrabübergänge geritten. Das hatte richtig viel Spaß gemacht und Lydia war total brav. Dann sind wir ein paar Mal über die Stangen hier getrabt. Das erste Mal ist nicht so schön, aber das zweite Mal auf der anderen Hand war deutlich besser. Dann sind wir noch ein paar Mal hier durch den Slalom. Das hat uns beiden wirklich super viel Spaß gemacht. Ich fand, das war einfach mal was anderes, denn das haben wir zuvor, glaube ich, erst ein oder zwei Mal gemacht. Dann ging es auch schon an die Cavalettis. Und naja, ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Leistung. Ich kann das eigentlich besser, aber für heute war das ganz in Ordnung. Und diese Video-Ausschnitte sind relativ am Schluss der Reitstunde. Hier bin ich nämlich auf Lydia galoppiert. Das hat wirklich super viel Spaß gemacht. Und naja, irgendwie macht alles mit Lydia immer total viel Spaß. Dann hier auch gleich nochmal auf der anderen Hand galoppiert. Und dann waren wir eigentlich auch schon fertig. Sind ein bisschen Schritt geritten, also Trockenreiten und so. Und ja, das war eigentlich so meine Reitstunde zusammengefasst. Natürlich ging sie viel länger, aber wir haben nicht alles mitgefilmt. Ja, mir hat die Reitstunde heute auf jeden Fall super gut gefallen. Naja, es war ja auch meine allererste Einzelreitstunde und das war schon etwas Besonderes. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass ich das Ganze mit Lydia erleben durfte. Und dass ich jetzt jede zweite Woche so eine Einzelreitstunde habe. Auch hat es mir richtig gut gefallen, dass Estelle verschiedene Sachen aufgebaut hat. So wurde es auf keinen Fall langweilig. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf meine nächste Einzelreitstunde. So, und jetzt wirst du abgesattelt, meine Hübsche. Laura, Laura, wo bist du denn? Ah, da bist du ja. Hey Estelle, ich habe gerade Lydia's Sattel weggebracht. Super, und ich wollte dir nur sagen, dass ich wirklich richtig stolz auf dich bin. Du hast große Fortschritte gemacht. Die Reitstunde lief heute wirklich richtig gut. Und was ich dir noch sagen wollte, wenn du möchtest, kannst du gerne Lydia füttern. Füttern? Ich? Ja, super gerne. Gut, dann zeige ich dir, wo das Futter steht. Soll ich es richten oder möchtest du das übernehmen? Oh, wenn ich das übernehmen dürfte, wäre es wirklich super. Gut, dann mach sie soweit boxenfertig, bring sie zurück und dann treffen wir uns nochmal hier, okay? Alles klar, mache ich. Ah, wie cool ist das denn? Okay, die Decke ist drauf und jetzt darf ich dich einfach füttern. Also Laura, bist du soweit? Natürlich bin ich das. Ich habe ja ganz vergessen, dass Lydia gar nicht mehr in einer Box steht. Sie ist ja in den Offenstall gezogen. Ich muss mich daran echt noch gewöhnen. Ähm, deswegen füttern wir sie hier. Also, komm doch gleich mal mit. Okay. Und das war dann auch schon alles. Supi, also heißt das, ich kann das Lydia jetzt zu fressen geben? Yep, genau. Ja, meine Hübsche, lass es dir schmecken. Okay, Leute, Lydia frisst gerade und deswegen nutze ich jetzt die Chance, um, naja, ein bisschen zu filmen. Und zwar wollte ich euch sagen, dass es sich irgendwie anfühlt, als wäre Lydia so ein bisschen mein Pferd. Ich meine, das mit dem Füttern, das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem so an, als hätte ich eine gewisse Verantwortung, wisst ihr? Das ist schwer, das zu erklären, aber vielleicht weiß der ein oder andere ja, was ich meine. Oh, sie ist fertig. Na, dann bringe ich sie jetzt zurück in den Offenstall. Das war heute mit dir wirklich richtig toll. Wir sehen uns nächste Woche wieder, bei meiner normalen Gruppenstunde. Also, ich muss dann gehen. Bis nächste Woche, Lydia. Okay, also, ich bin jetzt wieder daheim und das FMA ist somit vorbei. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Eure Laura. Ja, und natürlich möchte ich mich auch noch bei euch verabschieden. Ich hoffe sehr, dass euch das FMA mit Laura und Lydia gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und natürlich würde ich mich auch sehr über ein kostenloses Abo freuen. Das würde mich wirklich unterstützen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Bis zum nächsten Mal.